Jetzt mit Absicht mal groß gemacht, damit ihr müsst mich ja nicht unbedingt sehen. Ich kann das aber auch gerne ein bisschen kleiner machen. So ungefähr. Da bleiben wir gerne mal in dem Bildschirm. So, ihr seht jetzt das gleiche, was ich sehe hoffentlich. Den lieben Chris habe ich schon angeschrieben, aber der hat noch nicht geantwortet. Er wird wahrscheinlich noch arbeiten. Deswegen werde ich das jetzt mal kurz ohne ihn machen. Ich hoffe, dass sie lieber Annika im Chat ist. Anwesend. Wenn du doch bitte da bist, dann schreib mir doch bitte kurz, dass du da bist. Das wäre super lieb. Oh, ich bin mega müde und ich wollte das heute machen, weil ich weiß nicht, ob ich morgen dazu komme. Ja, deswegen gib mir doch bitte Bescheid, wenn du da bist. Das wäre sehr nice von dir. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. Sonst mache ich das noch ein bisschen größer. So. So Annika, wenn du da bist, dann schreib mir bitte in den Chat, damit ich weiß, dass du da bist, damit wir starten können. Das wäre mir doch ein rechtes Anliegen, wenn ich wüsste, ob du schon da bist. Weil ich mache mir kurz Chat hier an. Chat hier, chat hier, chat hier, wo bist du? Ah, da bist du ja schon rum. Sehr gut. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder einiges anzeigen. Ja, verbinden, danke. Tag, 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 tag. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwo drauf klicke, wo ich nicht klicken soll. Alter, wie viele Leute das tun denn heute? Das ist ja echt nicht mehr feierlich. So. Chatty, was sagst du mir? Was sagst du mir? Wer ist alles anwesend? Niemand. Aber das ist sexy. Ähm, tja. Bis jetzt ist nun niemand anwesend. Das ist recht belastend. Ähm. So, dann gebe ich hier nochmal schnell Bescheid. Damit startet ihr keine Auslosung, wenn die gesagten Personen nicht da sind. So. Geh mal wieder zurück auf den Chat. So. Tag. Ach so, okay. Äh, könntest du vielleicht kurz in den Chat schreiben, damit ich weiß, dass du da bist. Also, damit ich wirklich weiß, dass du anwesend bist. Wenn es dein Internet, wie gesagt, zulässt. Dann wechsle ich jetzt nämlich direkt auf die Seite. Ich werde den Chat eher am Handy lesen. Gibt mir bitte alle, für die Leute, die gerade da sind, bitte Hashtag Tryakiller kurz in den Chat ein. Das wäre super. Damit ich weiß, wer alles anwesend ist. So, weil dann lasse ich nämlich nochmal kurz ein bisschen Musik laufen, bis die... ...gesagten Gewinner, äh, da sind. Warte. Warte. So, dann musst du runterladen. Okay. Ja, es dauert noch ein bisschen. Also, hier kann man nebenbei noch ein bisschen Musik machen. Ne. Ja, jetzt sieht die Tabs, die ich oben machen. Könnt ihr ruhig sehen, ist mir egal. Ich verheimliche nichts. Ja, das ist mir egal. So Alonka 0987 Du bist also da Das ist schon mal perfekt Weil dann starte ich doch direkt So also Die zwei Teilnehmer stehen hier drin Ich habe sie reingeschrieben Ich habe sie reingepiert So Also wie gesagt Das macht ein Bot für mich Ihr seht das Das bin nicht ich Das ist ein Bot Wer jetzt gewinnt Wird ausgelost Wie gesagt 3 2 1 Go Ihr habt es gesehen Ihr habt es Es tut mir leid für dich Annika Wirklich Es wird aber wieder mal Sobald ich Schicksalpartner bin Oder ich ein bisschen mehr Kohle habe Wird es auf jeden Fall Nochmal ein Gewinnspiel geben Ähm Der liebe Chris Ist zwar gerade nicht da Aber ihr könnt ihm mitteilen Dass er gewonnen hat Ich werde das jetzt Mal screenshotten Ich werde es ihm dann schicken Na komm herh Ich will es jetzt kurz screenshotten Dann kann ich bearbeiten Die So So Also Äh Derjenige der Ich gebe euch bis Also Chris Falls du das hörst Ich gebe dir bis Montag Zeit. Am Montag kannst du dich dann bitte bei mir melden. Also bis Montag bitte bei mir melden. Solltest du dich bis Montag nicht bei mir gemeldet haben, dann wird ein neuer Gewinner ausgelost. Ich bin dann wieder in die Live-Szene zurück. Also wie gesagt, herzlichen Glückwunsch erstmal an dich, Chris. Ich werde dir das Bild gleich per WhatsApp schicken, damit er weiß, dass er gewonnen hat. Annika, es tut mir wirklich leid, aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich selber tue es nicht auslösen. Es macht einen Bot für mich. Und Weil ich will nicht mir irgendwas nachsagen lassen, beziehungsweise mir irgendwas unter... Ich bin dir mega dankbar, Annika. Es wäre mir auch eine Freude, wenn du weiterhin bei mir im Stream bleibst. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr weiterhin alle im Stream bleibt, mir auch vielleicht schreiben könnt, damit der Chatbalken sich hier unten vielleicht mal füllt. Ich sage dann vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Ich werde demnächst ein paar Spiele verlosen. PS4 und PS3, vielleicht hat da jemand Bock. Die nächste Verlosung startet am Montag. Ja, Montag. Ähm, ja, seid am Montag wieder fleißig dabei. Ich gebe dann die Bedingungen am Montag bekannt. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Reinschauen und Tschüss. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017